Heute machen wir mal so einen Entspannungstag. Heute soll am Strand um 13 Uhr noch irgendeine Veranstaltung sein. Der stärkste Mensch der Welt oder irgendwie sowas ähnliches. Das muss man mal schauen. Das hat man uns heute im Hotel gesagt. Dann schauen wir gleich hier nochmal vorbei. Aber jetzt wollen wir ein bisschen spazieren gehen, irgendwo uns schön drin setzen und ein bisschen aufs Meer schauen. Das muss ja auch mal sein. Also schön hier mit dem Park. Es ist spannend. Ja, das ist dringend nötig. Wir haben so jetzt ein bisschen Vollgas hier gemacht. Eine Woche. Und die zweite Woche wird ein bisschen ruhiger. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt mal da hinten noch ein bisschen runter wandern. Da ist Marlies, die wartet schon auf mich. Ja, ihr Lieben. Gucken wir mal. Die Seilbahn zum Burgberghoch. Muss man auch mal festhalten. Heute wird ein toller Tag. Schönes Wetter. Keine Ruhe Luftwassigkeit. Alles tippitoppi. Haben wir uns wirklich die richtige Zeit ausgesucht.